Die eigentlichen Opfer sind ja nicht unser einer, wir haben es ja überlebt, nicht? Die eigentlichen Opfer sind die sechs Millionen Tote. Und da kann überhaupt keine Frage sein, das ist das Entsetzliche an der Schule, nicht, dass ich drei Jahre in Lagern verbracht habe, sondern dass mein Bruder nicht überlebt hat. Untertitelung des ZDF, 2020